Hallo zusammen, hier ist wieder euer Telar und heute bin ich mal nicht für euch in Dragonflight unterwegs, sondern wir wollen uns heute mal die neuen Mounts aus The Bobbeth Inn anschauen. Und zwar ist da ja mittlerweile die Alpha gestartet und wir haben ein paar erste Entwürfe der Mounts und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wie gesagt, es ist eine Alpha, heißt es kann sein, dass sich da noch ein bisschen was ändert, bis das Spiel live kommt. Es kann sein, dass da noch mehr Mounts dazukommen und ja, einige Modelle haben wir mittlerweile schon. Jetzt scrolle ich einfach mal ein bisschen durch und zeige euch mal so die Überbegriffe und dann schauen wir uns die Mounts im Detail an. Also wir haben als erstes Cloud Griffins, dann haben wir Mole Rats und zwar einige, wie ihr seht, also Recolor ist auf jeden Fall wieder am Start, dann haben wir Firebee, dann haben wir Shittin oder wie man das ausspricht, keine Ahnung, dann haben wir Irven Paladin Mount, dann haben wir Irven Rum, dann haben wir Irven Horse, eine Firefly ist dabei oder zumindest einige Varianten, dann haben wir Shadow Elementar, dann haben wir hier eine Spinne oder auch mehrere Spinnen in verschiedensten Farbvarianten, ein Unicorn haben wir, dann Firebugs, die sehen relativ cool aus, muss ich sagen, dann haben wir hier ein paar Gargoyles, die Gorm sind auch wieder am Start, die kennen wir ja aus Shadowlands unter anderem, dann haben wir einen Flashback und dann noch zwei PvP Mounts, Horde und Allianz, ein Boot und Linux oder irgendwie so ähnlich. Und ja, das sind wirklich einige verschiedene Models mit jeweils zigtausenden Recolors und wie gesagt, es kann natürlich sein, dass da noch mehr mit dazukommt. Jetzt würde ich sagen, fangen wir oben an, schauen uns die mal ein bisschen genauer an und ja, ihr könnt ja gerne die auch so ein bisschen mitraten. Also ich muss sagen, hier diese Greifen sehen recht cool aus, vor allem, ich kann mir vorstellen, wenn die fliegen und sich die verschiedenen Effekte hier hinterherziehen, dass das schon echt was hermacht. Ist mal was ein bisschen anderes, ne, so vom Aussehen her. Das Grundmodel, klar, das kennen wir schon aus dem Spiel, aber so von der Farbgestaltung schaut schon nicht schlecht aus. Und das haben wir hier in verschiedenen Farbvarianten. Hier haben wir es noch ein bisschen in einem helleren Blauton. Dann haben wir hier so ein bisschen, ja, es geht ein bisschen ins Lidernest, erinnert mich an Raser Gass tatsächlich. Dann haben wir, warte mal, das sieht doch genauso aus wie das, was wir vorher hatten, oder? Das ist da auch wieder, das ist das hier? Wo ist da der Unterschied? Das ist das komplett gleiche Ding, keine Ahnung, das kannst du mir nicht erzählen. Ich glaube, die sind da irgendwie doppelt drin. Also das ist auf jeden Fall noch eine andere Farbvariante, das ist ein bisschen helleres Lila, aber die sind schon sehr nahe beieinander. Dann haben wir diese Ratten, und die erinnern mich so ein bisschen an die Niffen, muss ich sagen. Also das geht so ein bisschen in die Richtung. Die wir aus den Taralek-Höhlen kennen. Ich muss sagen, detailreich ist es auf jeden Fall. Mit einem Fass, den Kerzen, man hat hier ein Kissen drauf. Ist schon sehr, sehr cool. Hier mit einer relativ hellen Farbvariante. Und ich habe ja vorhin schon beim Durchscrollen, haben wir schon gesehen, dass es hier einige gibt. Dann haben wir hier noch so ein bisschen eine gräuliche. Ach, seht ihr gerade, hier sind auch noch Tränke. Hinten sind noch ein paar Matten zusammengerollt. Ach, eine Schaufel und eine Spitzhacke haben wir auch noch mit dabei. Nicht schlecht. Also detailreich sind die Sachen auf jeden Fall. Dann haben wir hier so ein bisschen eine rötliche Variante. Eine, die ins orange geht. Und die sieht fast wieder genauso aus wie die erste, muss ich sagen. Ah, okay. Da haben wir eine andere Schnauze. Seht ihr das? Ah, da ist der Unterschied. Also wir haben hier quasi diese Zähne raus. Und hier haben wir irgendwie, sieht fast aus wie ein Seestern vorne drauf. Also wissen wir nicht. Also von vorne finde ich, kann man es machen. Aber von der Seite sieht es irgendwie falsch aus. Ich weiß auch nicht, wie sie drauf gesteckt. Also das taugt mir jetzt eher weniger. Ah, und da haben wir jetzt noch ganz verschiedene Nasen vorne. Seht ihr das? Das ist jetzt dann nochmal eine andere Nasenversion. Okay, und jetzt haben wir quasi die verschiedenen Farbvarianten immer noch mit einer Nase, oder? Ne, das ist ein gräuliches. Ah, schau mal, da ist die Nase wieder ein bisschen anders. Also, ja, ich bin jetzt ein bisschen hinterher gerissen, muss ich sagen. Also prinzipiell Recolor schön und gut. Aber wenn dann nur die Nase ein bisschen anders ist und das ein neues Mount ergibt, weiß ich nicht. Da bin ich jetzt kein Fan. Ich bin eh schon bei den Recolors zum Teil skeptisch, muss ich sagen. Aber wenn dann das auch noch verschiedene Nasen hat, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier im Stream wird schon vermutet, dass es vielleicht anpassbar ist, das Mount. Das könnte tatsächlich sein, dass man dann einen Mount hat, was man customizen kann mit verschiedenen Nasen und verschiedenen Farbversionen. Aber, ähm, ja, muss man mal abwarten. Wie gesagt, das ist halt Alpha, ne. Da weiß man jetzt noch nicht so arg viel. Jetzt haben wir dann hier das Ganze auch ohne Aufbauten, ne. Ich muss sagen, da sieht es ehrlich gesagt nicht so cool aus. Der Aufbau, ne, mit diesen Fassern und dem ganzen Zeug macht schon definitiv was her. Und der Schwanz, der sieht ein bisschen klumpig aus. Weiß ich jetzt auch nicht. Oder klobig, so rum. Naja gut, hier haben wir die verschiedenen Farbvarianten. Ich frage mich aber, warum dieses Nasending vorne nicht die gleiche Farbe wie der Rest hat. Das, weiß ich nicht, passt irgendwie auch wieder nicht so ganz. Okay, den Blauton hat man, glaube ich, vorher noch nicht gehabt. Okay, jetzt sind wir zumindest mit den Viechern durch. Dann, das sind, glaube ich, diese Bienen, ne. Die sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also wir kennen ja die Biene aus BFA, die man sich als nur Allianzler spielen konnte. Und das ist nochmal vom Model eine andere Geschichte, ne. Und mit den Flügeln hat schon echt was tatsächlich. Hier ein Feuerrot. Dann haben wir eine gelbe Variante. Auch nicht schlecht, aber die rote fand ich definitiv besser. Uh, weiß und rot, so Albino. Oh, das hat tatsächlich auch was. Hm, das hat, das hat definitiv was. Uh, und dann haben wir es nochmal in komplett schwarz. Mit den roten Flügeln und roten Augen. Das ist auch nicht schlecht. Und ja, jetzt haben wir diese Schittin, oder wie man sie ausspricht, keine Ahnung. Die kennen wir ja auch schon aus, lasst mich mal nicht lügen, aus BFA hatten wir die. Da konnte man eine über so einen, ähm, ja, World Drop quasi bekommen, beziehungsweise halt von Open World Mobs, ne. Hat man ewig farmen können. Gab es auch, glaube ich, im Auktionshaus kaufbar. Zumindest war das ein ähnliches Grundmodel. Hier ist es jetzt so ein bisschen mehr auf Naruba angelegt. Man sieht das jetzt auch hier an diesem Panzer oben drauf. Die ganze nächste Expansion geht ja auch so ein bisschen um Naruba. Da macht das natürlich schon Sinn. Ich meine aber, die Texturen sind auch ein bisschen hochwertiger als bei der Version aus BFA. Und die haben wir natürlich auch nochmal in verschiedenen Farbvarianten. Wir haben hier einmal ein bisschen Türkiston. Dann haben wir eine, die ist ein bisschen, ja, das ist eher so ein rosa Ton mit einem weißen Kopf. Uh, okay. Das macht schon natürlich schon was, ja. Diese Stacheln mit so ein bisschen Leere angehaucht, das hat tatsächlich was. Okay, da haben wir hier nochmal die Grundvariante mit einem bisschen anderem Panzer oben. Der ist eher rötlich. Und dann kommen wir jetzt schon zum, zu diesem Bock quasi. Das soll anscheinend das Paladin-Mount sein von den Irdenen, so wie ich das verstanden habe. Und der, der, ähm, Bock, der sieht schon ziemlich nice aus, muss ich sagen. Jetzt auch mit dieser Paladin-Rüstung, das hat definitiv was. Eins der coolesten Paladin-Mounts, definitiv. Das hat, äh, definitiv, äh, werde ich mir da einen Irdenen-Paladin basteln. Und dann haben wir jetzt dieses, äh, Mount nochmal als Grundversion. Jetzt nicht für den Paladin, sondern wahrscheinlich für alle Klassen. Und das ist einfach so ein Steinbock mit, ähm, bisschen Bewuchs drauf. Jetzt hier in einer relativ hellen Version. Wobei das der hinten, der hinteren komplett bewachsen ist. Naja, gut, von der Seite sieht er ein bisschen cooler aus. Von hinten will sie nicht... Uh, okay, das ist jetzt ein bisschen ein Braun-Ton. Dann komplett im Steinern, ein Grau. Noch eine helle Version. Das ist eher so ein Sand-Ton. Wobei der lila, lila Sattel jetzt nicht so ganz dazu passt, muss ich sagen. Dann haben wir jetzt nochmal so einen helleren Grauton. Warte mal, kann das sein, dass das jetzt nochmal dieselben Farbvarianten sind? Ne, das war ein bisschen anderer Ton, ne? Also sie sind... Also sie sind... Aber es ist wirklich minimaler Unterschied, muss ich sagen. Dann nochmal einen... einen gräulicher Ton. Ja, also da gibt es schon extrem viele Varianten, die wirklich nur minimal auseinander gehen. Dann haben wir nochmal hier so einen Sand-Ton. Ich bin gerade auch schon ganz am Suchen, ob da noch irgendwas anders ist. Aber mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, tatsächlich. Aber dieser Widder, der sieht schon recht cool aus, definitiv, ja. Nochmal ein Grauton. Aber warte mal, hier ist es doch mehr gekrümmt, oder? Ja, die Hörner sind anders, seht ihr das? Hier geht das Horn nur so rum, und da ist es nochmal mehr gekrümmt. Das ist vielleicht auch der Unterschied. Da habe ich jetzt... Ich meine, bei den anderen waren die Hörner alle nur normal, oder? Ja. Wobei... Ah, seht ihr mal, das Horn geht nur bis hier hin? Ach. Oh, das ist halt... Das ist halt fünf Zentimeter länger, seht ihr das? Ich denke mir, die farbbare Version kommt ja nochmal. Der hat halt... ein paar Zentimeter längere Hörner. Dann gibt es halt jede Version nochmal mit fünf Zentimeter mehr, und dann nochmal eingerollt. Jetzt, Checkies. Ich denke mir die ganze Zeit, die Farbvarianten sind doch, wenn dann die gleichen, oder nur minimal unterschiedlich. Ah, dann liegt es daran. Okay. Also Blizzard macht jetzt quasi fünf bis zehn Recolor-Versionen, dann ändern sie das Horn ein bisschen, und machen wieder die fünf bis zehn Recolor-Versionen, und dann ändern sie es noch ein bisschen. Okay, gut. Kann man machen. Mal gucken, was man für diese ganzen Recolors dann machen muss. Jetzt klicken wir die noch zu Ende durch, und jetzt, was ist denn das hier? Das ist quasi so ähnlich aus, wie, äh, der Widder, bloß halt ganz ohne Hörner, ne? Ja. Dann haben wir wieder dieselben Farbvarianten. Okay, ich muss aber sagen, ohne Hörner sieht es irgendwie nicht gut aus. Also es haut mich nicht vom Hocker. Ohne die Hörner. Hm. Aber da gibt es, das waren, wie viele waren das jetzt? 20, 30, äh, Widder-Versionen mit verschiedensten Farben und verschiedensten Hörnern. Interessant. Hm. Dann haben wir jetzt hier diese Fliegen. Okay, die Flügel sind interessant. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von halten soll, muss ich ehrlich sagen. Es ist mal was anderes, aber es taugt mir ehrlich gesagt nicht so. Hm. Könnte sein, dass bei dunkler Nacht das Leuchten relativ cool kommt. Es hat so ein bisschen was von dem Glühwürmchen. Okay, nochmal in grün, orange. Und jetzt kommen diese Elementare. Die erinnern natürlich sehr stark an Shadowlands, die M-Plus-Elementare, ne? Die waren ja auch schon so schattenmäßig. Wobei, die hatten, ich bin jetzt gerade überlegen, hatten die aus Shadowlands Arme? Ich weiß es nicht mehr. Doch, die hatten Arme, ne? Aber das sah, glaube ich, alles ein bisschen anders aus. Also, ähm, es geht in die Richtung, aber die haben das Model, glaube ich, schon nochmal ein bisschen verändert, weil die Arme sehen, meine ich, anders aus. Hm. Und da, was gibt's da? Es gibt quasi hier dieses Schwarz, was ich nicht schlecht finde. Und dann in braun. Hm, das taugt mir jetzt nicht so. Das lila macht schon gut was her. Das hat schon so Leerwandler-Vibes. Und das war's. Achso, das war's. Da gibt's drei Farbvarianten. Okay. Und dann kommen die Spinnen. Uh, die sehen aber fies aus. Ich weiß jetzt nicht, was das da vorne ist. Sind das so eine, sind das so Zangen, oder was soll das sein? Ich glaube, ja, ne? Und die gibt's auch wieder in verschiedensten Farbvarianten. Aber, ähm, zwischen den ersten beiden sehe ich jetzt auch nicht so viel Unterschied. Muss ich, ah, okay, das ist das Leuchten, ne? Da hast du ein blaues Leuchten und hier hast du ein rotes noch raus. Dann hast du hier ein rotes Leuchten mit türkisen Beinen. Hier zwischen denen sehe ich gar keinen. Und, ah, der Panzer ist anders. Ah, da musst du aber genau hingucken, ne? Das ist so ein, so ein gräu, grau-braun und das ist halt so ein helleres, bräunliches Ding. Aber die Beine sind komplett gleich. Also, der Unterschied ist marginal zwischen den beiden. Also, die Beine sind wirklich komplett gleich, bloß der Panzer ein Ticken anders. Uh, die rote Variante, rot-orange Licht, das macht tatsächlich was her. Aber da, weiß ich nicht, müsste der Mittelteil auch ein bisschen von der Farbe angepasst werden, meiner Meinung nach. Da hast du die gleichen Beine auch wieder mit dem Panzer minimal anders. Dann hast du hier so eine bläuliche, ein bisschen dunkelblau. Halblich. Nochmal eine rote, aber diesmal mit hier einem blauen Mittelteil. Nochmal eine türkise. Okay. Okay, und das war's dann mit den Spinnen. Ja, ich muss sagen, ähm, wenn man so viele Recolors reinmacht, dann müssen die Unterschiede größer sein, finde ich. da ist für meine Verhältnisse, ist da zu wenig Unterschied bei manchen. Da ist der Panzer dann eine kleine Abweichung vom Farbton, aber das ist mir tatsächlich zu wenig. Aber gut, ich werde sie sowieso sammeln. Das Grundmodel ist mal nicht schlecht, mal eine Spinne mit ziemlich langen Beinen. Hat schon was. Dann haben wir die Einhörner. Das sieht aber grimmig aus, das Mount, ne? Hier mal mit so einem gebogenen Horn. Das gebogene Horn finde ich ganz cool. Der Kopf ist irgendwie schon ein bisschen böse aus. Die Vorderbeine scheinen wesentlich länger zu sein als die Hinterbeine, ne? Das so ein bisschen nach, nach unten geht's hinten. Also das ist die dunkle Version. Boah. Finde ich schon cooler, ne? Mit dem, mit diesem Blonden. Das hat was. Braun ist auch nicht schlecht. Braunkopf? Ich finde die Mähne ziemlich nice, muss ich sagen. Das hat was. Aber irgend, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Das ist nicht so das klassische Einhorn, was man sich so vorstellt, ne? Okay, achso, da sind die Einhörner schon durch. Dann kommen wir jetzt zu diesen, ähm, Fliegen. Die sehen schon auch nicht schlecht aus, aber ich meine, so ein ganz ähnliches Model hatte man in Shadowlands. Konnte man das Snack-For-Lord auf Cortia holen. Da hatte man so eine ganz bunte. Und hier gibt's jetzt auch wieder verschiedene Farbvarianten. Das erste ist halt mit einem knalligen Rot. Was ist da der Unterschied? Ach, da ist der Panzerschwärzer. Und hier, da sind die, äh, hier so, ja, so ein paar Texturen, die rötlich sind. Und die sind hier halt weiß. Da muss ich aber auch wieder ganz genau hinschauen, dass du ja den Unterschied siehst, ne? Und gut, klar, hier sind die Flügel so ganz hell-weißlich und hier sind sie halt eher, gehen sie ins Türkise rein, ne? Ist aber auch wirklich ein marginaler Unterschied wieder. Uh, da haben wir eine Albino-Fliege, die macht schon auch was her. Einmal in Knallrot. Ah, ist ein bisschen zu viel Rot, muss ich sagen. Uh, die in Schwarz, die ist nice. Schwarz, Rot, da machst du nie was falsch mit. Das hat was. Und dann einmal so in lila-bläulich. So eine leeren Flügel quasi. Ist auch nicht schlecht. Schauen wir die nochmal in Rot-Gelb. Rot-Schwarz. Und jetzt kommen die Gargoyle-Viecher. Okay. Ich glaube, unter der Gargoyle-Kategorie waren verschiedene Models. Jetzt muss ich mal nochmal gucken. Also, ähm, das ist jetzt quasi ein Gargoyle. Die kennen wir ja auch schon aus, äh, nee, aus Shadowlands. Da kamen ja die Gargoyle-Models rein. Und, ähm, da waren es aber so Steingargoyles, ne? Hier ist es quasi aus Fleisch und Blut, die Gargoyle. Äh, also dieses Gargoyle-Grundmodel, so rum. Und, da haben wir jetzt einen, der ist so bräunlich-rot mit silbernen Rüstungselementen. Und hier ist derselbe, bloß mit so ein bisschen gelblichen Rüstungselementen. Da finde ich den ersten besser, muss ich sagen. Und dann haben wir jetzt eins, das ein ähnliches Model hat, aber das ist nicht wirklich ein Gargoyle. Das sieht sehr nach Naruba aus, ne? Das scheinen hier Spinnweben zu sein. Es hat auch Flügel, aber natürlich einen ganz anderen Kopf. Sieht schon ein bisschen fies aus. Und hier mit diesen, ähm, Leuchte-Elementen hat, hat was. Gucken wir mal. Uh, der sieht finster aus. Hat so ein bisschen Anuba-Rack-Vibes. Ich glaube, das ist auch relativ groß, ne? Hier oben ist der Sattel. Also es muss ein relativ großes Mount sein. Sieht schon echt finster aus, so in diesem ganzen, in dem komplett Grau gehalten. Das hat was. Uh, der sieht sogar noch besser aus. Also die sagen mir zu, so in weiß, mit dem, mit dem Rot oben. Das hat was. Uh, der sieht auch nicht schlecht aus mit diesen pinken Flügeln. Hier mit diesen leeren Effekten. Hm, die, die gefallen mir tatsächlich. Dann haben wir noch einen blau. Er ist nicht schlecht, aber die anderen finde ich besser. Und dann kommen jetzt die Gorm-Mounts. Gorm kennen wir ja auch aus Shadowlands. Also ziemlich viele Mounts sind die Grundversionen, also das erste Mal, wo sie erschienen sind, tatsächlich in Shadowlands, ne? Ich bin gerade im Überlegen, hatten wir einen Gorm-Mount? Doch, ich glaube, wir hatten einen Gorm-Mount in Shadowlands, ne? Hier auch mit Rüstung. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Gorm-Mounts, aber das sieht mit dem Aufbau schon cool aus. Auch die Farben gefallen mir. Jetzt ein bisschen matter. Na, da fand ich das erste besser. Das erste war echt das Beste, ne? Jetzt nochmal so ein bisschen in dem Lila-Stich. Ja, kann man machen. Das erste von den Gorm-Mounts war aber das Beste von den, von den vier jetzt. Dann haben wir jetzt hier nochmal eine Art Fliege oder was das sein soll. Das sieht ziemlich, äh, krass aus, auch mit den Beinen. Hatten wir, wir hatten doch damals so eine Drohne, die du aufziehen musstest, in, lass mich nicht lügen, in BFA. Ich glaube, die gingen so in die Richtung, ne? Die hast du, hast du als Pad gehabt und musstest dann hochpäppeln und am Ende war es ein Mount. Und ich meine, das ging, also es war natürlich, ist jetzt ein bisschen detailreicher als damals, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber so in die Richtung ging es zumindest. Schauen wir mal, was es für Farbvarianten gibt. Hm, die finde ich nicht so verkehrt. Na, das Türkise, das haut mich nicht vom Hocker. Die ist auch nicht schlecht, ne? So, ein bisschen Violett, ein bisschen rosa-pink rein, das hat schon was. Dann haben wir jetzt nochmal einen Boden-Mount. Ah, ne, das, äh, das hat man doch vorhin schon, oder? Diese Schittinen, oder wie die heißen, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Wobei, das hat ein Hordensymbol. Das könnte jetzt sein, äh, dass das einmal in die PvP-Richtung geht. Ah, ja, das ist, das sind die PvP-Mounts. Ah, okay, also wir haben quasi eine Horden- und eine Ali-Version, okay. I see. Interesting, dass sie die halt dann auch von den Farben so angepasst haben, ne? Mit den Totenköpfen hinten drauf, mit der Fackel. Ja, nicht schlecht. Aber gut, sie haben schon so viele PvP-Mounts, ne? Wahrscheinlich, äh, wird es jetzt langsam eng, was sie da noch nehmen können. Jede Season quasi ein neues. Dann haben wir ein Boot. also ich weiß jetzt nicht, hat jetzt ziemlich low-Texturen tatsächlich. Also das finde ich jetzt, weiß ich nicht. Ist das wirklich ein Mount? Finde ich nicht geil. Also das, also wenn sie da nicht noch was machen, da irgendwie eine Flagge oben drauf und hier die Texturen mal noch ein bisschen aufpolieren, ist es halt ziemlich, ziemlich basic, das Ding, ne? Und dann haben wir jetzt noch so Tiger. Ich müsste noch mal genau gucken. Lyon, Lyx oder wie die Dinger heißen. Aber im Endeffekt sind es halt Katzen, ne? Da gibt es ja auch schon ziemlich viele in WoW. Ich muss aber sagen, es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, weil die, ähm, Vorderpfoten und die Hinterläufe quasi so nah beieinander sind. Es sieht irgendwie aus wie eine Katze, die man von vorne und hinten zusammengepresst hat. Wisst ihr? Es kann sein, dass das jetzt in dem Bild nur falsch rüberkommt, aber es sieht irgendwie ein bisschen zusammengepresst aus. Weiß ich nicht. Der Kopf ist nicht schlecht und so von der Katze, von den Details, aber so sieht es irgendwie falsch aus. Ich weiß auch nicht. Ich möchte es an beiden Enden packen und ein bisschen auseinanderziehen. Und das gibt es natürlich auch wieder in verschiedenen Farbvarianten. Hier so ein gräuliches. Was haben wir dann noch? Einmal in schwarz. In rot, okay. Weiß nicht, das ist irgendwie für so eine Katze ein bisschen zu, die Farbe sieht irgendwie falsch aus. Vor allem, warum macht man dann auch noch ein kräftigeres Rot hier in der Panzerung rein? Finde ich jetzt nicht so passend. Und von hinten sehen die Texturen auch nicht gut aus, muss ich sagen. Ein bisschen schmutziges Grau. Gelb, Orange, aber dann hat man auch wieder die Texturen in dem kräftigeren Orange. Also die gefallen mir irgendwie nicht. Also das ist nichts für mich. Ja, und dann sind wir wieder durch. Jetzt gucke ich mal nochmal den Namen von den Dingern. Wie hießen die Teile noch? Irgendwie Ähm, Lennox. Irgendwie so. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Aber ich weiß nicht. Die taugen mir jetzt nicht so. Da gibt es wesentlich coolere Katzenmounts, finde ich, im Spiel mittlerweile als die. Aber gut, Moosan hat alles gefallen. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele Mounts. Ich glaube, oder wie viele waren es jetzt? 113 werden angezeigt, verschiedene Versionen. Wann und wie die alle reinkommen und ob es da noch andere gibt, weiß man jetzt aktuell noch nicht. Das sind die Liste, die quasi gedatamined worden ist. Und ja, schreibt mir gerne die Kommentare, was ihr von dem einen oder anderen Mount haltet. Vielleicht ist das ein oder andere ja auch dabei, wo ihr sagt, das wird mein neues Lieblings-Mount. Und ja, dann freue ich mich schon mal, die Kommentare zu lesen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tillach. Bis dahin. Ciao. Ciao.